Früher, da haben wir noch den kleinen dicken Klempner über Pilze springen lassen. Heute spielen wir Krieg in Parallelwelten wie World of Warcraft. Und dieses Business boomt. Ist das jetzt sinnloses Daddeln oder ist das einfach Kultur im 21. Jahrhundert? Darüber reden wir jetzt hier bei Login. Ja, Next Level statt Game Over sind Games, verspielte Lebenszeit. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen, aber erstmal einen schönen guten Abend hier live aus Berlin. Danke schön. Ja, die Games-Welt hat im letzten Jahr an nichts anderes mehr denken können. Und auch wer sich als Nicht-Gamer bezeichnet, ist nicht dran vorbeigekommen. GTA V ist auf dem Markt und damit müssen wir diverse Freunde nächsten Wochen wieder an den Controller abgeben, weil sie als Gangster in einer Welt von Action und Crime unterwegs sind. Ist das irgendwie ein bisschen krank oder ist das ein Hobby wie jedes andere auch? Darüber wollen wir heute Abend mit euch diskutieren. Einfach mal auf login.zdf.de klicken. Da geht es direkt in den Chat oder aber mit Hashtag ZDF-Login. Denn zu diesem Anlass läuten gerade bei allen Geschwistern, Eltern, Omas, Opas, Partnerinnen und Partnern die Alarmglocken. Stichworte sind Ballerspiele, Spielsucht und Jugendschutz. Aber wir wollen heute einen Schritt weiter denken. Warum eigentlich spielen 70% der 14- bis 29-Jährigen so gerne? Und was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn der Großteil von uns in seiner Freizeit vorm Rechner hockt und zockt? Hobby? Spielerei? Wahnsinn? Es ist wirklich eher ein Lebensgefühl. Games sind das Ding. Eine Milliarde Umsatz in drei Tagen. Grand Theft Auto V, der Superseller. Hollywood staunt neidisch. Der Rekordfilm Avatar brauchte 17 Tage für die erste Milliarde. Grand Theft Auto V, das Alles-Spiel. Filmsequenzen, Ego-Shooter, Autorennen, Sport. Aber auch dieser umstrittene Folterauftrag. Zähne ziehen fürs nächste Level. Für viele sind Games nur eines. Menschenverachtende, Killerspieler, Dreckszeug. Doch Spiel ist nicht Spiel. Welten bauen mit den Minecraft-Plötzchen. Abtauchen in die Sims-Welt. Jeder ist auf eine Art und Weise ein Gamer. Spieler sind überall. Unterwegs, zu Hause, auf der Arbeit. Next Level statt Game Over. Sind Games verspielte Lebenszeit? Ja, Games sind Zeitverschwendung, sagt heute unser erster Gast. Er hat ein enthusiastisches Buch geschrieben über die Freude am Lesen. Und er ist Deutschlehrer und engagiert sich seit Jahren dafür, dass junge Menschen seine Leidenschaft fürs Gedruckte teilen. Heute will er euch überzeugen. Hier ist Friedrich Denk. Herr Denk, sind Games verspielte Lebenszeit, ist die Frage heute Abend. Und ich glaube, wir haben im Chat heute so ein bisschen Gegenwind für Sie. Versuchen Sie trotzdem, die Userinnen und User von Ihrer Position zu überzeugen. Dazu haben Sie jetzt schon mal 20 Sekunden. Vielen Dank. Herr Denk, Videospiele faszinieren viele Menschen mit spannenden Abenteuern und tollen Erfolgen in fantastischen Spielwelten. Wer aber zu viel spielt, verspielt wertvolle Lebenszeit und verpasst anderes und Besseres in der wirklichen Welt. Sagt Friedrich Denk. Herr Denk, unser nächster Gast sagt, Games sind einfach die beste Unterhaltung. Er ist ein absoluter Star in seiner Branche. Millionen von Menschen verfolgen seine Games-News auf YouTube. Natürlich ist er Spielefan. Er studiert Psychologie und engagiert sich dazu noch für Jugendliche mit Depressionen. Hier ist LeFloid. Ist es wirklich so? Sind Games verspielte Lebenszeit? Sie werden es vermutlich anders sehen. Sagen Sie uns, warum? Überzeugen Sie auch jetzt schon mal die Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihrer Position. Sie haben 20 Sekunden. Games sind auf gar keinen Fall verspielte Lebenszeit. Videospiele sind das spannendste Unterhaltungsmedium unserer Zeit und das Verunglimpfen von Spielen und Spielern rührt meiner Meinung nach daher, dass uninformierte, selbsternannte Experten sich weder für das Medium interessieren, gegen das sie hetzen, noch überhaupt in der Lage sind, sich hineinzuversetzen in diese Welten. Und das sind die Positionen hier im Studio. Vielen Dank. Nein, sagt LeFloid, Videogames sind Kulturgut. Und ja, ihr könnt abstimmen, die ganze Sendung über. Am Ende haben wir dann auch ein Ergebnis. Aber ihr dürft uns natürlich auch, und das ist sogar sehr gewünscht, eure Meinung sagen, eure Fragen stellen an unsere Gäste. Funktioniert ebenfalls über login.zdf.de, über Twitter, über Facebook, über Google+, wie es beliebt. Wir haben hier unsere NetScouts und bei uns kommt alles an. Wir lesen jede Frage und versuchen natürlich, so viele wie möglich dann auch hier direkt in die Sendung zu bringen. Ihr habt auch im Vorfeld schon viel diskutiert auf den ganzen Plattformen. Und es war wirklich, muss man mal sagen, es war wahnsinnig viel los unter unseren Usern. Auch wahrscheinlich viele Zocker dabei. Und die meisten von den Usern verteidigen ganz vehement die Games. Wie hier zum Beispiel Hendrik Sundt kennen. Er sagt, Games sind alles andere als verschwendete Zeit. Viele Spiele bieten neben anspruchsvollen Storys und wunderbar komponierten Bildwelten, die sich mit vielem, was man in Filmen und Serien sieht, messen lassen. Auch einen hohen Anspruch an Taktik, Planung und strategischem Talent. Oder wir haben ja auch Luis. Was wirklich fesselt, sind die Storys. In GTA stecken mehr Witz und Hingabe als in so mancher Rosemunde-Pilcher-Episode. Da schreiben wirklich gute Leute, feine Plots. Und bei manchen Spielen würde ich so weit gehen, sie interaktive Filme zu nennen. Und damit dann auch Kulturgut. Also wir haben hier gehört, Herr Denk, die Storys faszinieren an diesen Spielen. Sind vielleicht Games mittlerweile einfach die Bücher des 21. Jahrhunderts? Ja, die Bücher sind etwas völlig anderes. Denn die Bücher müssen gelesen werden. Und lesen heißt, sprechen, sehen, zuhören und vor allem denken lernen. Sprechen und denken lernen, das ist das Wichtigste für den Menschen. Der Mensch möchte sich mit den anderen unterhalten und benutzt die Sprache. Und das lerne ich eben bei Games nicht. Games sind spannend. Die kopieren Geschichten, die ich kenne. Ich habe drei Jahre als Student mich mit altfranzösischen Ritterromanen beschäftigt. Ich weiß, was das ist. Aber es sind eben in Bildern. Und wir kommunizieren nicht in Bildern, sondern in Sprache. Aber haben Sie auch schon mal gezockt? Ja, natürlich. Ich war mal sogar computerspielsüchtig. Ich habe zwei Wochen lang ein Spiel gespielt, wo eine Katze eine Maus fressen wollte. Und die Maus wollte Käse fressen. Das war 1982 vor ihrer Geburt. Da habe ich kein einziges Mittagessen mitmachen wollen. Wenn meine Frau mich gerufen hat, war ich oben und wollte unbedingt das Spiel fertig spielen. Ich weiß also, was das ist. Und ich halte das für eine gefährliche Sache. Jetzt reden wir mal über das Thema Sprache. Das haben Sie gerade angesprochen. Sie haben gesagt, wer Gens spielt, lernt zu wenig Sprache. Sehen Sie es genauso? Generell muss ich da einhaken. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, was ich brauche und lerne und als Grundkompetenzen habe, sind Sprechen, Sehen, Hören, Lesen. Alles Sachen, die ich so unterschreiben kann. Denken. Natürlich alles fünf Punkte, die ich so unterschreiben kann, die ich für ziemlich jedes gute Spiel auf jeden Fall auch brauche. Ja, aber ich brauche die Sprache nicht. Ich spreche nicht, nein. Das ist etwas völlig anderes, wenn ich die Geschichte, wenn ich so einen Ritter-Roman lese, das ist etwas völlig anderes. Da kann ich mir ja auch die Sachen vorstellen. Ich habe das wahnsinnig spannend gefunden. Und selbstverständlich ist Harry Potter ein Buch, das wahnsinnig spannend ist. Da lerne ich etwas und lerne die Sprache, lerne Denken. Während bei einem Computerspiel, in dem ich Harry Potter spiele, muss ich nicht viel reden. Da sage ich nur ein paar Sätze und ich sage, wie Sie, oft sage geil und sonst irgendwas. Jedenfalls keine vollständigen Sätze. Das ist etwas anderes. Das ist richtig. Wenn ich allerdings jetzt beispielsweise von einem Multiplayer-Spiel ausgehe und ich gehe jetzt mal weg wirklich von diesen Shootern, die gerne immer da hergenommen werden, als das Multiplayer-Spiel oder Multiplayer-Genre Nummer eins. Und ich wirklich davon ausgehe, dass es Multiplayer-Titel gibt, die komplett davon leben, eine völlig eigene Sprache auch zu entwickeln. Dass es wirklich Rollenspiel-Server gibt beispielsweise, wo Leute sind, die sich komplett in ein bestimmtes Jahrhundert zurückversetzt fühlen, sich dementsprechend auch ausdrücken, alles versuchen in dieser Art und Weise sehr fantasievoll zu verbalisieren. Genauso aber auch Taktik-Besprechung jetzt als Beispiel mit völlig fremden Menschen in Strategiespielen oder wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, das Lesen. Sie würden sich wundern, wenn Sie beispielsweise die Elder Scrolls spielen würden, wie unfassbar viele Seiten- und Tagebucheinträge Sie finden können und diese dann auch lesen können. Das sind hunderte von Seiten. Vielleicht haben Sie es beide in den Medien gerade verfolgt. Der aktuelle Pisa-Schocker ist ja, dass die Deutschen echte lesende Schwächen haben. Und erstaunlicherweise sind es die Alten, die Jungen, die 16- bis 24-Jährigen, finden sich laut den Studien sehr gut, vor allem in komplexen Texten zurück. Das zu Recht, das sind diejenigen, die übrigens auch zocken zum großen Teil. Also, was ist da los? Schade, zocken doch nicht so doll. Das sind näher an der Schule. Die jüngeren Leute sind näher an der Schule. Im Übrigen muss ich sagen, Herr Mund, Sie haben natürlich sehr viel gelesen. Sie haben eine hervorragende Sprache. Wenn man Ihre Texte mal aufschreibt, merkt man, wie kompliziert Ihre Sprache ist. Das kriegen Sie nicht hin, wenn Sie zocken und sich mit Ihren Mitspielern ein bisschen so austauschen. Das sind schnell gesprochene Sätze. Das ist nicht schriftlich. Oder geht es den anderen auch so? Ich bin wahrscheinlich einfach nur ein wahnsinnig schlechtes Beispiel für den Stereotypen-Gamer, den sich die Medien immer gerne zusammenbauen, um einfach den Stereotypen zu bedienen, den die Menschen gerne bestätigt sehen, wenn sie zu Hause vorm Fernsehen sitzen. Sie machen ganz komplizierte Sätze. Ich habe das bewundert. So ein Schüler wie Sie hätte ich gern noch mehr gehabt im Deutschunterricht. Unsere User sind sprachlich auch echt gut drauf, muss man sagen. Und hier gibt es einige Stimmen von Leuten, die auch wieder sagen, dass sie Games absolut was abgewinnen können. Zum Beispiel J.Gin. Games sind absolut keine Zeitverschwendung. Sie fördern Kreativität, soziale Kompetenz. Und viele konfrontieren auch mit Problemen der heutigen Gesellschaft. Und dann haben wir hier noch Jack Rippenbrecher, der scheinbar irgendwie seinen letzten Urlaub virtuell verbracht hat. Ich weiß noch, wie gerne ich einfach mal mit einem dieser herrlichen Oldtimer durch Lost Heaven und raus aufs Land gefahren bin und von einer lebenswerteren Welt träumte, wo es nicht nur schnell und stressig gehen musste, sondern man auch noch leben konnte. Also hier werden Games auch als Entspannung gesehen. Ist es denn so, muss ich, wenn ich Spaß habe, dann automatisch immer was lernen oder kann ich nicht auch mal was machen, einfach um des Spaßes willen? Ja, selbstverständlich. Ich würde aber drei Dinge nennen, die auch ohne Games gehen. Erstmal Freizeitbeschäftigung, die nichts kosten. Games kosten ja ein bisschen was. Zweitens Freizeitbeschäftigung. Haben Sie ein Beispiel an Freizeitbeschäftigung, die nichts kostet? Ja, zum Beispiel früher Räuber und Gendarm haben wir gespielt. Wir haben Gummihüpfen gespielt, selbstverständlich als Kinder. Sie haben schon seit Jahren niemand mehr gesehen, ein Kind, das Verstecken spielt. Das gibt es nicht mehr. Wir sind im Freien gewesen, den ganzen Tag, im ganzen Nachmittag waren wir unten und haben nie irgendeinen Pfennig Geld ausgegeben. Wir hatten auch kein Geld. Das war der große Vorteil. Wir hatten unendlich viel Zeit. Das ist das Erste. Es kostet nichts. Das Zweite ist, dass ich mit wirklichen Menschen direkt zusammen bin, das heißt persönliche Kontakte habe. Und das Dritte ist, dass ich persönlich was davon habe. Nehmen wir gleich diesen zweiten Punkt nochmal, dass ich persönliche Kontakte habe, hat Herr Denk gesagt. Da ist natürlich die Vorstellung, alle alarmierten Eltern, mein Kind sitzt alleine im Zimmer, verarmt seelisch und spricht mit niemandem. Das finde ich ist ein unheimlich kompliziertes Konstrukt, was sich da Leute zurechtgelegt haben, einfach die Schuldzuweisung auf ein Medium zu bringen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal davon ausgehen, jemand ist, böse gesagt, sozial inkompetent, sitzt jetzt den ganzen Tag zu Hause und geht nicht raus und liest den ganzen Tag Bücher, um sich in der Fantasiewelt zu verstecken, sich da hineinzuziehen, um halt nicht rausgehen zu müssen, würde man niemals auf die Idee kommen, dem Buch die Schuld für dieses Verhalten zu geben. Wenn jetzt allerdings derselbe jemand den ganzen Tag vor einem Videospiel sitzen, würde man grundsätzlich erstmal dem Videospiel die Schuld für dieses Verhalten geben. Jetzt ist es ja nicht nur einer oder einige wenige, sondern wir haben ja einen Großteil der Jugendlichen und auch von Erwachsenen bis 50 Jahre hoch, die zu Hause sitzen und in ihrer Freizeit alleine oder dann mit Freunden in Gruppen spielen, die Zeit zu bringen. Was macht das eigentlich, Herr Denk, konkret mit unserer Gesellschaft, wenn der Großteil von uns zu Hause sitzt und zockt? Ist das einfach normal oder macht das was mit uns? Natürlich, das ist, möchte ich sagen, fast eine Katastrophe, die sich da abspielt, wenn zum Beispiel drei Schüler aus der Schule rauskommen, alle drei sind am Smartphone und telefonieren mit irgendjemandem und reden nicht miteinander. Das haben wir doch sehr häufig. Das ist eine Beobachtung, die wir dauernd machen. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Der Johnny Häusler, den Sie vielleicht kennen, der ein Buch geschrieben hat über Aufzucht von Kindern, der sagt, wenn er seine Kinder zum Mittagessen ruft, dann kann er dreimal hintereinander Mittagessen schreien. Das geht nicht. Er muss die Spaghetti fotografieren und denen eine Mail schicken, damit die kommen. Das ist so eine Katastrophe, dass wir nicht mehr direkt miteinander reden können und dafür sorgen, dass die Spieleindustrie oder die Smartphone-Industrie viel Geld verdient, weil wir nicht mehr miteinander reden können. Das wäre so, wie wenn ich mit Ihnen nur über Smartphone reden würde. Dabei habe ich Sie vor mir. Hier im Netz melden sich jetzt auch einige Games-Kritiker. Zum Beispiel, Lea sagt, sie muss da unbedingt auch mal Partei fürs Buch ergreifen. Sie sagt, ich persönlich habe mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht, weil er zu viel gezockt hat, seine Freunde und auch mich vernachlässigt hat und nur noch vor dem PC gelebt hat. Also Videospiele und Computerspiele sind nicht nur positiv und fördernd. Und hier Christa Tröndle-Stuckler, die meisten Menschen finden sich toll, irgendeinen Sieg über diese Fantasien zu erringen, die sie im wahren Leben nicht erreichen können. Denn da wäre Verlieren blamabel und würde unnötiger Scham bewirken. LeFloid, können Sie das auch feststellen, dass wenn Sie spielen, dass Sie dann vielleicht Sachen schaffen und dass die Faszination ist, die Sie im richtigen Leben nicht hinkriegen? Nein. Ist das so? Also bei mir persönlich ist es jetzt nicht der Fall, dass ich irgendwas kompensieren müsste. Beispielsweise bei mir geht es tatsächlich primär wirklich um Unterhaltung. Dass das allerdings genauso emotional werden kann, wenn ich ein Videospiel spiele, gerade wenn ich ein Videospiel gegen Kontrahenten spiele. Wenn ich auf einer Couch mit drei Freunden sitze und wir etwaige Videospiele, die man eben zu viert an einem Fernseher spielen kann, dann würden Sie sich wundern, wie viel da geredet wird. Das ist nicht immer nur nett, aber es wird wahnsinnig viel geredet. Aber das ist natürlich ein wahnsinniger Ehrgeiz. Und ob ich jetzt einen Fußballspieler habe, der ein Tor schießt oder ein Gegentor kassiert und dabei emotional wird, ausrastet, rumschreit, wie auch immer, gibt es genauso den Oliver Kahn unter den Videospielern. Das ist halt eine Sache. Aber nur mit dem Unterschied, dass die natürlich draußen sind, sich bewegen und am Ende Fußballkörper haben. Beispielsweise.